unsere welt verändert sich das massenaussterben das wir befürchtet haben hat bereits begonnen und wir sind die ursache wir sind die infektion aber wie alle lebenden organismen kämpft die erde mit fieber gegen diese infektion mit ihren ursprünglichen und rechtmäßigen herrschern den titanen seit tausenden von jahren halten sich diese kreaturen auf der ganzen welt versteckt und wenn nicht alle titanen gefunden werden wird unser planet zugrunde gehen und wir mit ihm sie sind die einzige garantie dafür dass das leben fort besteht du hast einen verdammten verstand verloren tut mir leid aber das ist der einzige ausweg du bist ein monster tut mir leid lang lebe der könig und Untertitelung. BR 2018